Was ist das Wetter? Auf jeden Fall ein guter Ort, um die Gedanken für eine Zeit lang herunterzufahren. Nummer 2. Frische Luft. Im Wald ganz besonders bekommt man eine sehr frische Luftzufuhr durch die ganzen Pflanzen, die auch als Luftfilter fungieren. Nummer 3. Sportmöglichkeit. Die vielen Waldwege bieten hervorragende Möglichkeiten um zu joggen und zu wandern oder für Nordic Walking. Ebenso gibt es viele Plätze, die bestens zum Mountainbike fahren geeignet sind. Nummer 4. Stärkung des Immunsystems. Die frische Waldluft kurbelt die Durchblutung an, steigert die Lungenkapazität und lässt den Blutdruck sinken. Nummer 5. Naturerleben. Wälder bieten eine artenreiche Flora und Fauna. Für Naturliebhaber ist das immer ein schönes Erlebnis. Außerdem kann man, wenn man sich ruhig verhält und Glück hat, auch scheuen Wildtieren begegnen, die man normalerweise nicht zu Gesicht bekommen würde. Nummer 6. Vitamin D. Durch das Spazieren durch den Wald in sonnigen Tagen kannst du in kürzester Zeit deinen täglichen Bedarf an Vitamin D decken. Nummer 7. Inspirationsquelle. Für Menschen, die sich gerne kreativ betätigen, kann der Wald ein Ansporn der Kreativität sein und als Quelle für Gedankenblitze dienen. Nummer 7. Die beruhigende Wirkung der Bäume lässt dich vielleicht auf Ideen kommen, die dir sonst nie eingefallen wären. Im besten Fall hat man direkt einen Block und Stift dabei, um sich seine Ideen direkt notieren zu können. Das war's auch schon wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nummer 8. Nummer 8.